Hallo, willkommen. Stapeltische haben wir hier. Nein, das sind Massivholztische von meinem Freund Werner Schuhen, die wir unter Luigi Ravanelli vermarkten. Da hat er mich gebeten, dass sein Name draußen bleibt. Und die werden zunehmend von Online-Händlern verkauft. Massive Platten, die entweder 40 mm aufgedoppelt sind oder 60 mm aufgedoppelt. Was heißt das? Die Platte ist 20 mm dick und dann wird der Rand noch mal genauso stark aufgedoppelt. Hier mit Schweizer Kante, hier mit gerader Kante, damit der Tisch einfach tragbar ist und auch bezahlbar. Die Platten sind geschliffen teilweise oder naturbelassen. Hier naturbelassen mit Löchern, wenn man das mag. Hier geschliffen, glatt mit Ästen drin. Die Äste werden immer gelassen. Und dann wird generell bei diesen Tischen die Oberfläche geölt. Die Bügel sind aus Metall, sehr stabil und werden mit Holzschrauben rangemacht. Sie können die Bügel deshalb auch ran machen, wie Sie wollen. Wir sagen immer so 25 cm nach innen versetzt, dass man hier sitzen kann und zwischen den Beinen den maximalen Platz hat. Was lässt sich noch sagen? Die Platten werden in Osteuropa eingekauft und bearbeitet. Sonst wären die Preise nicht möglich. Wir haben hier unten auch Metallverstärkungen drin, damit die Platten verzugsfrei sind. Und einige Tische haben bei uns auch leichte Transportschäden. Diese werden dann aber auch immer nochmals extra vergünstigt. Schuh-Tische unter der Marke Luigi Ravanelli. Massiv-Tische in Eiche, Wildeiche. Kann ich Ihnen nur empfehlen von meinem Freund Werner Schuhen. Bleiben Sie am Ball. Wir kriegen immer wieder neue Reihen. Die Tische sind 1,80 m, 2,20 m, 2,40 m groß. Je nachdem. Und 90 oder 100 cm breit. Sind sehr stabil, sind sehr schön und bei uns super günstig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und schauen Sie mal rein unter profischnapp.de slash Tische, was neu gekommen ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de Tschüss. 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 Vielen Dank.